Kate, die Prinzessin von Wales, hat die Möglichkeit, viel Zeit mit ihren drei Kindern zu verbringen, wenn sie nicht gerade mit ihren königlichen Pflichten beschäftigt ist. Die makellose Bilanz von Kate, der Prinzessin von Wales als hochrangiges Mitglied der königlichen Familie, bringt erhebliche Vorteile mit sich. Während sie zu Beginn ihrer königlichen Karriere zunächst Kritik ausgesetzt war, hat sich Kate seitdem zu einem der engagiertesten und vertrauenswürdigsten Mitglieder der Institution entwickelt. Und es ist ihre harte Arbeit fast das ganze Jahr über, die ihr ein gewisses Maß an Privilegien gewährt, wenn es darum geht, sich um Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu kümmern. PR-Experte Eddie Coram James sagte gegenüber Daily Express US, dass die Prinzessin von Wales seit ihrer Heirat mit Prinz William einen Skandal weitgehend vermieden habe, ein Rekord, der ihr etwas mehr Freiheit verschaffte, wenn es darum ging, nicht an offiziellen Terminen teilzunehmen. Kate blieb letzten Monat zu Hause, als der Prinz von Wales nach New York reiste, um am jährlichen Earthshot-Preisgipfel teilzunehmen. Und sie wird die eigentliche Preisverleihung nächsten Monat in Singapur ausfallen lassen, um bei George, Charlotte und Louis in England zu bleiben. Coram James sagte, die Prinzessin von Wales ist seit Jahren weitgehend kontrovers geblieben. Sie hat den Kopf gesenkt, kein Aufhebens gemacht, hart gearbeitet und sich für gute Zwecke eingesetzt. Angesichts des Kontexts hat die Presse ihr natürlich im Zweifelsfall eine Freikarte gegeben. Wenn sie sagt, dass sie Earthshot vermissen möchte, um sich auf die Kindererziehung zu konzentrieren, vertrauen die Leute darauf, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.